Hä? Ich muss mir das ganze mal bei Tageslicht betrachten Ähm Ein B-Ring ist hier Das ist denn das Stück, das geht da rüber Ach, alles klar Jetzt weiß ich warum Ähm, dazu muss der Lift jetzt erstmal weg So, eins kommt nämlich hier rüber Warte, erstmal kommt das hier weg Und dann kommt das hier drauf Und dann da oben hin Wenn ich jetzt nicht komplett falsch bin Aber eigentlich So, hier ist Le Chose Ach, nee, warte mal Ich denke die ganze Zeit, ich hab's Aber auf jeden Fall macht das schon mal einen Unterschied Weil, ach nee, schon gut Ich hab nichts gesagt, hört mir nicht zu So, das bewegt sich Richtung Blau Richtung Blau, Richtung Blau, Richtung Blau Aber es kann doch auch schon mal nicht hinhauen Weil ich hab gerade gemerkt Ich hätte das B-Ring da unten hinsetzen müssen Boah, ich verbinde das jetzt erstmal Und probiere das erstmal so Ob das alles so hinhaut, wie es hinhauen soll So, und 15 Grad Ich hab auch so ein bisschen das Gefühl Dass der das gar nicht hinkriegt So, das geht rum, das geht rum, das geht rum Das ist schon mal richtig Ich hab Gefühl Ich hab so ein ganz kleines bisschen das Gefühl Dass das abreckt Hört man was? Ich hält gerade mein Ohr so an den Bildschirm ran Na gut, das scheint nicht hinzuhauen Aber ich bin froh, dass das wenigstens schon mal so relativ gut hinhaut Und theoretisch, wenn das dann oben ist Kann man das ja wieder so zurückfalten lassen Müsste man ja sogar theoretisch Ach, warte mal Jetzt kann ich mir das ja mal betrachten So Erstmal sieht das so aus Dann sieht das so aus Dann kommt da oben wieder ein Pips Und dann sieht das wieder so aus Ach, genau Alles klar Weil das hier oben nämlich nochmal Genau Weil das nämlich nochmal ein anderes Stück ist Deswegen Okay, alles klar Dann hab ich mir das jetzt selber erstmal so erklärt Ich glaube, dann lass ich das jetzt erstmal so Ich meine, gut, dann macht der Beering hier einen Abgang Aber Nichtsdestotrotz Ach, wir müssen das doch wieder zurück machen Weil sonst komm ich da wieder drüben nicht hin Wie er gezuckelt hat Aber ich glaube, fast da drüben muss ich jeweils einen wegnehmen Muss ich mal gucken, wie ich das mache Obwohl, warte mal Dann müsste es ja hier links auch schleifen Oh, ich hab so ein bisschen Angst Oh, ich hab ganz, ich hab ganz gleich ein bisschen Angst Dass das hier nicht hinhaut Ich baue da glaube ich denn mal einen Thruster dran Also eine Turbine Oder ein Triebwerk Und dann gucke ich mal, ob ich das so irgendwie hinkriege Dann haben wir so eine Art interaktives Raketenbetriebenes Ah, gut Ein Raketenbetriebenes, äh, Garagentor Kann ja auch nicht jeder von sich behaupten So Das kommt da ran Und ich hoffe, das ist jetzt nicht verbunden mit dem da unten Aber ich glaube, wenn man das Nach oben hin verbindet Also wenn man den Cursor oben sozusagen dran hat Dann dürfte das eigentlich hinhauen Gut, hier können wir ja dann wieder Und ich glaube, das letzte mache ich einfach drei groß So So, das kommt da ran Und dann bin ich mal echt gespannt Nach unten, nach unten Hier müssen wir das natürlich auch noch alles machen Alter, das wird auf jeden Fall ein riesiges Projekt Ich glaube, die Folge werde ich auf jeden Fall ein bisschen länger machen müssen Nalalalala Ideen muss man haben Oh, da bin ich gerade mit dem Kopf In der Wand drin, ne Aber jetzt kann ich wenigstens da ran Schön Das macht gerade einen Umschwenker Und ich glaube fast, wenn man das Garagentor wirklich so aufgemacht hätte Dann wäre das da auf jeden Fall gegengestoßen So, dann noch die Ihmchen Und Ihmchen Und da muss ich nochmal wegsehen Na gut, ich bin mal gespannt, wie das jetzt letztendlich aussehen wird Und von der Reihenfolge her Ach, ich glaube fast Na, wir werden es sehen Ja, schade, das schafft der einfach nicht Aber so könnte man auch eine riesen Walze bauen Das wäre natürlich auch mal keine schlechte Idee Eine riesige Walze Hm Das ist ein bisschen doof Ein so ein B-Ring Ich glaube, da kann man auch die Energie gar nicht einstellen Das wäre natürlich schön Oh, man muss sich ja vorstellen Wir hätten das mit Eisen gebaut Das wäre natürlich auch nochmal eine spannende Geschichte geworden Aber es haut schon mal hin Hui Überlegen, überlegen Aber ich glaube fast Mit einem Thruster will ich das ehrlich gesagt ungern bauen Weil Da kann man das so schlecht machen Weil wenn ich jetzt zum Beispiel hier Jetzt schon den Thruster anmache Ich probiere es einfach mal Ich probiere es einfach mal So Ich frage es natürlich, ob das überhaupt kombinierbar ist Ah, es funktioniert So Ach, Mann Aber Richtung Blau Genau, Richtung Blau Und dann Richtung Blau 90 Grad Ja, Richtung Blau Der sollte eigentlich rüber gehen Eigentlich Vielleicht ist der Thruster auch zu lasch eingestellt Aber wenn ich jetzt hier warte Ach, das kann ich ja Ach, geht doch Ach, ich glaube fast Das liegt glaube ich zu sehr an Ich glaube hier müsste ich echt Ach, das ist ja doof Das ist ja doof Nein Ich probiere mal ganz kurz was Was hoffentlich des Problems Lösung ist Ah, das werden wir ja rausfinden Aber es sackt schon so ein bisschen ab Mist Ich glaube das ist, weil die ganze Schose hier einmal fest ist Ach, Mann Ich hätte mir das einfacher vorgestellt Ich hätte es mir wirklich gesagt Ehrlich gesagt nicht so kompliziert vorgestellt Uiuiui Oh, Garagentor Wir jetzt verzweifeln Dann könnte man natürlich Zu guter Letzt könnte man ja wirklich noch Bearing, Bearing, Halbtor Bearing, Bearing, Halbtor machen Das wäre natürlich noch möglich Aber krass Hier ist nur der Bearing dran Und das hält das so stramm So richtig so Ich würde auch ehrlich gesagt Hier ungern so einen Schlitz offen lassen Aber ich glaube fast Ah, das dürfte eigentlich möglich sein Moment, ich probiere mal nochmal was Hoffnung ist ja noch nicht verloren Äh Vor allem was mit dem Was ist mit dem Och nee Sag nicht, das lag jetzt an dem einzigen da Aber das wäre natürlich auch genial Wenn das jetzt wirklich nur an dem gelegen hätte Wäre natürlich verständlich Aber Scheiße Ah, Kacke Kacke, 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 Kacke Und das ist zum Beispiel auch wieder das doofe an Scrap Mechanic Dass man da nicht sagen kann Ja, ich möchte das gerne Ich konnektiere den Punkt Und würde das gerne da ran haben Das geht leider nicht Und das ist so ein bisschen das doofe an Scrap Mechanic Ach, das tut mir jetzt riesig leid Das tut mir riesig weh Da kommt wieder die Sache Lovely Scrap Mechanic Ach, Manu Das hätte man wirklich besser machen können Also ich jetzt Ich persönlich hätte das jetzt besser machen können Schade, schade, schade Aber ich hoffe Dass das jetzt wirklich daran gelegen hat Aber ich glaube vorsichtiger Bau ich das jetzt wirklich so Ach, warte mal Das kann ja eigentlich bleiben Und da kann ich das ja dann dran bauen So, und bevor ich jetzt hier anfange Teste ich das Ganze dann auch nochmal Bing Richtung Blau ist glaube ich noch eingesch... Ne, ist noch nicht eingespeichert So, 90 Warte mal Hey, das ist so die Praxis Wo soll es letztendlich aussehen Ich glaube, diesmal brauche ich das hier einfach nach unten hin Hm Ich riskiere es einfach mal Ich baue das jetzt hier doch nochmal so zu Weil ich habe nämlich wirklich die Vermutung Dass ich da so dämlich gewesen bin Und dass ich das da An der Wand dran gebaut habe Und dass das dann dadurch So, warte mal Um jetzt nochmal sicher zu gehen So ist das jetzt auch wirklich Nicht an der Wand fest Ja Und es reibt auch relativ wenig Und von daher ist das eigentlich ein gutes Zeichen dafür Dass wir das so wirklich gestalten können Na gut Von hier unten lässt es sich auch viel einfacher bauen Muss ich ehrlich sagen So, man sieht jetzt auf jeden Fall, dass es schon auseinander ist Ah, cool Das rastet schon mal nicht fest Das ist nicht schlecht Hm Warum habe ich das nicht so gemacht? Bin ich eigentlich bescheuert? Manchmal denke ich auch nicht ganz mit Merke ich selber Aber eigentlich kann ich das ja So kann ich das jetzt eigentlich immer fortführen Und dann mache ich hier Und dann wieder hier so ein Pipsel Warum habe ich das nicht so gemacht? Warum bin ich da immer hin und her gegangen? Oh, ich bin so ein So ein Schwachmat bin ich Und hier hinten, wenn ich jetzt hier unten Ah, und hier habe ich wieder drei Okay, cool Dann ist es synchron zu oben So Und dann SRG Und dann hier unten Und dann kommt die letzte Etage Und die habe ich ja auch letztes Mal drei gemacht So, ich hoffe natürlich jetzt nicht, dass es mit dem Boden verbunden ist Ja, ja, ja Und ich probiere jetzt mal kurz Ob ich da Ob sich das überhaupt alles anhebt Ob das das überhaupt schafft Lockerflockig Aber wie Oh, cool Alter, wie das da runterhängt Wie so ein Waschlappen Wie so eine Makrele so Blululul Alter Oh, wie so ein Lappen so Und wie es sich das anhört Alter, wie mächtig sich das anhört Das finde ich cool Na gut Erst sollst du Dann sollst du Dann sollst du Und zu guter Letzt sollst du Jeweils Mensch, das passt ja Ich kann das auf rot anpassen So, 90 Grad Müssen wir uns mal kurz merken Also erstmal 15 15 15 15 Und 15 Und dennoch Ich bin doof So, 15 15 Ich habe vergessen, dass wir Moment mal So Ich habe vergessen, dass ja der erste B-Ring Dass der ja Dass der ja für das Tor allgemein zuständig ist So 15 So, zurück Und dann hier Die Reihe kommt 90 Grad ins Spiel Und ich bin mal echt gespannt, ob Was? Ach, der Schalter ist drin Ah, okay Alter, wie sanft Oh, so ein Tor will ich später zu Hause haben Ach, nee Aber cool Ich bin froh, dass es funktioniert Können wir das ganze Ding hier aufbocken? Nee, schade Das wäre cool Wenn wir die Garage aufbocken könnten Aber ich wette Ich wette 100% Die Square Mechanic ist noch kein Festgeschriebenes Blatt Und ich wette Es wird noch sowas dazukommen Wie Copy-Paste-Funktion Und von daher mache ich Mache ich mich da ehrlich gesagt Nicht wild mit Dass es das noch nicht gibt Einfach aus dem Grund Dass es das irgendwann geben wird Davon gehe ich aus Und wenn nicht, dann Ja, werde ich den Quelltext umändern Und es mir selber einfügen Nein, mal gucken Ansonsten bleibt es zu hoffen Aber ich glaube fast Das wird nicht das Problem sein Ach, das ist immer schade Wir müssen hier uns mal ein bisschen So positionieren Dass wir immer so links und rechts Um die Kante drum kommen So Weil einerseits Muss ich ja immer hier Das Bearing ansetzen können So Und dann muss ich ja hier Wieder von der Kante aus Nach oben einmal bauen So Aber ich bin froh Ich bin mega froh Dass das jetzt doch so hinhaut Oh, ich hatte echt schon Angst gehabt Ein bisschen So Das kippt ja schon wieder Wie so ein Lappen um Wie so ein Lappen, ey So Aber jetzt kann ich wenigstens Jetzt stelle ich wenigstens sicher Dass das hier Dass ich das dann nicht wieder Schlauerweise irgendwo festbaue So Und dann Sind wir fast fertig Ich freue mich Und ich freue mich schon riesig Auf das Endresultat So Und hier kommen drei Genau Schön Dann baue ich das dann noch schön zu Und dann war es Ditte Hihihi Und schon haben wir unsere Fahrzeuge Sicher abgestellt Das sieht auch so ein bisschen aus Mit diesen Mit diesen Raster hier Mit diesen Dass das sich hier immer so umklappt Sieht auch so ein bisschen aus wie Ach, das müsste jetzt Oh, ich habe Angst Hu 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 Alter Ich glaube ich Ach Mist Wenn ich das jetzt mache Dann komme ich nicht raus Alter Wie brutal Voll umgehauen Das Gelenk So Einmal nach oben geklappt Nach oben Alter Aber der ist da ohne Skrupel Der macht das da ohne Skrupel fest Oh, perfekt 10 Das freut mich Und ich glaube fast Ich baue hier so einen Hintereingang rein Einfach damit wir auch rein und raus kommen Ohne Probleme Hoppala So Und dann baue ich hier vielleicht noch so eine geheime Tür hin Na, mal gucken